Wussten Sie, dass ich seit 2009 Gesellschafterin bei der DTA International bin? Wir sind ein Trainings- und Beratungsunternehmen mit Bürositz in München und unsere Kernkompetenzen bestehen darin, großflächige Projekte bei den Themen Organisation, Führungskräfteentwicklung und auch Change-Prozessen zu platzieren, Unternehmen zu platzieren. Wir sind vier Gesellschafter, vier Partner und jeder von uns verfügt über Führungserfahrung und sind auch als Lehrtrainer tätig. Wir haben hier im Team der DTA International Projekte mit bis zu 800 Führungskräften erfolgreich umgesetzt und deren Handlungskompetenzen signifikant erweitert. Eine begleitende Längszeitstudie zeigt diese Nachhaltigkeit deutlich auf. Ein gut eingespieltes Team von sechs Trainerkollegen unterstützt uns bei der Arbeit. Wenn auch Sie vor der Herausforderung stehen, Ihre Mannschaft, Ihre Führungskräfte fit zu machen für die Zukunft und diese zeitnah, zeitgleich und ganzheitlich in Ihrem Sinne weiterzuentwickeln, dann sind wir Ihre Ansprechpartner.